Norddeutscher Rundfunk 2DS und es ist einfach topspielmäßig voll drin Schaut euch an unsere Social Media Kanäle vorbei, Instagram und Twitter Habe ich euch jetzt eingeblendet oder einfach unten vorbeischauen Vielen, vielen Dank Ihnen vor allem und ja, los geht's Hier die Startumstellung, Wollifang zeige ich leider nicht oder zeige ich nicht Ich habe mich auf P2 qualifiziert, Borders waren ein bisschen schnell Ich habe auch Schwierigkeiten ein bisschen angepasst Und 96 wird dann auch unsere Mega-Season-Schwierigkeit für nächste Woche werden Hamilton und Elbon Verstappen und Leclerc auf 6 Sainz und Regato auf 9 haben wir dann Gasly und Reikönnen Hültenberg und Magnussen auf 13 dann Grouchon Und Lennon Norris, Perez, Antonio Giovinazzi, George Russell, Kubica, Stroll Und ganz ganz hinten, Kub, ähm, Quirt, nicht Kubica, ähm, Quirt Ich freue mich wirklich auf ein Mega-Rennen heute und das könnt ihr euch auch erwarten Also es wird sehr, sehr spannend werden, wir gehen in 3, 2, 1 BOOM, los geht's, 5 rote Lichter, sie fangen an zu leuchten, Pirelli Color Edition Und hier los geht der Start, unser Start miserabel Wir verlieren direkt gleich mal einen Platz gegen Hamilton, der sich hier rauf hamstert und rauf robbt Schade, aber doch, kommt's da, äh, ja Verstappen auch fast vorbei Aber wir können hier noch, Gott sei Dank, konnten in die erste Kurve rennen Und das ist auch Glück, wir sind, ähm, ja Haben einen Platz verloren Gott sei Dank aber nur gegen die beiden Mercedes, die extrem stark sind natürlich noch Wir haben nämlich hier die Anfangsseason und da sind die Mercedes einfach unschlagbar nicht Also wir werden sie hoffentlich schlagen können und hoffentlich werden wir auch sie kontern können Aber trotzdem wird das halt ziemlich, ein, ein, ja, ein ziemliches Hickhack werden mit denen Weil ich weiß auf jeden Fall, dass das sehr, sehr schwierig wird, die zu überholen Und, ja, wir kommen zwar hier dran in den Kurven Weil die auch ein bisschen fighten und sich gegenseitig ausbremsen Aber ob wir da vorbeikommen, das wird noch eine andere Geschichte werden Ähm, wie gesagt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt Nächste Woche dann in der Mega-Season Edition Leider noch nicht im F1 2020 Ja, geht einfach nicht Aber wir können da eigentlich eh nicht, weil die haben auch in F1 2020 nicht den Kalender drin Also sprich Spielberg, Spielberg, Ähm, Ungarn, Großbritannien, Großbritannien Diesen Kalender haben sie nicht drinnen Das bedeutet, wir müssten sowieso eine Meisterschaft fahren Ah, nicht der Meisterschaft, einfach nur Grand Prix und da einfach ein paar Rennstrecken zusammengegeben Ich weiß nicht, ob man in Grand Prix überhaupt zwei, drei Rennen oder zwei gleiche Rennen reingeben kann Ich weiß, dass es geht in online, aber ich weiß nicht, ob es in offline geht Das ist so ein bisschen meine, ja, Frage, meine, ja, da kann ich echt noch nicht ganz sagen, ob das Ganze funktioniert Falls nicht, muss ich halt jedes Mal ein neues Rennen starten und dann einfach, ja, die ganzen Punkte selbst zusammenrechnen Das wird zwar mühselig, aber ich denke mal, das werden wir dann irgendwie auf jeden Fall hinbringen Und ja, zack, wir sind in der zweiten Runde und wir sind auch schön an Hamilton Wir können uns hier absetzen nicht, aber wir kleben hier schön dran Und hier haben wir die dreisten drei, wir sind die drei auf ein, oh, da haben wir ein kleines Schildchen mitgenommen Und zack, schaut euch das mal an Wir können mithalten, aber es wird ziemlich schwierig werden, hier die beiden Mercedes zu holen Die geben sich nämlich gegenseitig Windschatten natürlich Der eigentlich die Arschkarte hat, sorry, aber der die schlimmsten Karten hat, ist natürlich Bottas auf eins Weil der natürlich nachher, wenn das DS losgeht, einfach gar keine Chance hat Aber es wird noch sehr, sehr spannend werden, ob wir da überhaupt dran kommen Und wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, weil in der nächsten Runde gibt es DS Und dann geht es los, dann zählt es, wer da schneller ist, bekommt da die schnellste Rennrunde Oder bekommt da den Platz und da geht es eine Minute rum, wer näher dran ist Und wir sind hier nah dran, oh, die Kurve sind leicht geschnitten Ja, es war nicht geschnitten, ich bin da in eine andere Linie gefahren, so kann ich das mal sagen Und das Ganze hier auf jeden Fall knapp, knappes Höschen, ich bin an Hamilton genauso nah dran Und hier in den Kurven, da muss ich sogar ein bisschen ablenken Und ein bisschen weiter weg lenken, dass ich da ja irgendwie nix mache Also wir sind hier extrem, extrem nah zusammen, alle drei Also Hamilton jetzt wieder einen Ticken näher an Bottas dran Aber wir müssen hier aus der letzten Kurve gut rauskommen Hier gibt es noch keinen DS, aber auf dieser langen Geraden Da gibt es Sachen in der DS, zack, jetzt ist es enabled Und wir müssen jetzt alles tun, um an dieser langen Geraden dran zu kommen Wir sind nah, sehr nah sind wir dran Aber das wird noch sehr, sehr knapp werden, dass wir da hoffentlich Ich will natürlich an ihm vorbei, aber das wird echt, oh mein Gott, ja, das gibt eine Verwarnung Habe ich zwar nicht oben hingeschrieben, aber das hat auf jeden Fall eine Verwarnung gegeben Und hier sind wir nun ganz, ganz nah an dem Heck von Hamilton dran Und ja, wir müssen nur schnell genug aus dieser Kurve rauskommen Aber schau mal, wie weit der wegzieht Und das meine ich halt, die Mercedes sind extrem stark Wir ziehen uns zwar dran, aber er zieht sich natürlich auch am Bottas dran Und das ganz, ganz nah hier Die fahren nebeneinander in diese Spielzeuge rein Ich muss mir das Ganze von hinten angucken Und ja, das schaut natürlich gut aus für uns Weil wir holen dadurch richtig auf Holen uns den doppelten Windschatten von beiden Kommt aber nicht vorbei, weil die sich ja da hier gegenseitig blockieren Jetzt ist Hamilton, zack, ja, jetzt ist er vorbei Bottas jetzt auch vor uns Aber die fahren immer wieder noch, immer noch nebeneinander in diese Kurven rein Ist natürlich schlecht für Bottas jetzt Jetzt hat er auch nachgegeben Aber der will natürlich das nicht wahrhaben Und wir müssen da jetzt auch irgendwie dran kommen Uch, ja, das war knapp, aber perfekt Also hier, so verlieren wir keine Zeit Und das ist extrem wichtig Wenn es heißt, wir müssen, ja, wenn wir hier dran kommen wollen und müssen Und hier geht es in die letzte Kurve gut rauskommen Weil es gibt jetzt schon Yes Und dann heißt es, auf Hamilton aufholen Sala Ich würde mal sagen, gönnt euch jetzt mal kurz ein bisschen Ruhe Und dann melde ich mich nach dem Boxenstop, der jetzt in dieser Runde kommen wird Wieder Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Und dann geht es um, ja, jetzt in dieser Runde kommen wird Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018